So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Tailwind. Und zwar heute schauen wir uns mal an, wie wir das ganze Ding erweitern und anpassen können. Tailwind CSS bringt schon tonnenweise CSS Klassen mit, die du verwenden kannst und du bist schon von Haus aus sehr flexibel damit, aber irgendwie fehlt dann doch eine bestimmte Eigenschaft oder Klasse, die man für sein Projekt verwenden will. Und wie du das Ganze anlegen kannst, also wie du eigene CSS Klassen anlegen kannst, auch mit Hilfe der Tailwind Config, sodass du dann am Ende auch die ganzen Breakpoints, Hoover Prefixes und so weiter verwenden kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Und ich möchte dir zeigen, wie du zum Beispiel Schriftorten hinzufügen kannst, wie du eigene Farben hinzufügen kannst, wie du die Breakpoints erweitern kannst und so weiter. Das sind so die heutigen Kernthemen und ja, schauen wir doch am besten mal rein. Ich habe das Projekt vom letzten Video geöffnet. Falls du es noch nicht gesehen hast, das Video, ich verlinke es oben in der Infocord oder unten in der Videobeschreibung. Ja, es ist wichtig, dass du das Projekt hast, weil alles weitere jetzt baut darauf auf. Du kannst dir auch das Projekt von meinem GitHub Account dir ziehen. Ich verlinke es ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Okay und bevor wir aber anfangen, so ein, zwei Dinge vorweg. Seit dem letzten Video hat sich was geändert und zwar bei der Package.json-Datei müssen wir jetzt hier bei den Scripts, ja, bei Dev und bei Build jeweils hier ein i-Flag für, also für den Input, für die Input-Datei angeben. Ja, vorher hat, äh, diese Tailwind CLI-Service hat das automatisch erkannt. Jetzt müssen wir das Flag explizit angeben, hier nach dem Build mit Minus-i und dann die Datei, die wir als Input verwenden, ja. So ähnlich wie hier mit Minus-O als Output, ne, für die, ähm, Style.css, die T-Wend dann generiert, ja. Und diese, diese Config-Datei, diese T-Wend-Config.js, die, äh, tut es jetzt heute, in der, wo ich das Video jetzt drehe, automatisch erkennen, ja, wenn es die, wenn es die im selben Verzeichnis ist, falls ich das in Zukunft noch ändern sollte, kannst du diese Konfigurationsdatei mit Minus-C angeben und dann den Pfad, wo diese Datei liegt, ja. Das gibst du dann hier an, ja, Ordner und Dateiname. Dasselbe müsstest du dann hier für das Build-Script machen, ja. Okay, aber bis jetzt tut sie noch automatisch erkennen, aber falls das in Zukunft sich ändert, weißt du schon mal im Vorfeld, wie du das hier Ganze angeben könntest, ja. Okay, das erstmal das Erste. Das Zweite ist, ähm, dass es bei einigen sein kann, dass die, ja, bei der Aufstellung des, das, äh, der, der Style.css-Datei, das bei einigen ziemlich lange dauert, mehrere Sekunden, aber vielleicht auch bei manchen habe ich jetzt auch schon aus Kommentaren gelesen, dass es mehrere Minuten dauert. Und da gibt es eine Möglichkeit, wie man sich behelfen kann, wie man das Ganze, ähm, schneller machen kann. Und zwar ist das hier in der Config.js-Datei einen, einen Modus anzugeben mit Mode. Und hier kannst du, äh, den sogenannten JIT-Modus verwenden. Just-in-Time. Was ist das? Da können wir mal hier auf der, auf der Seite gucken von T-Win-CSS und da hast du hier unter Customization, hast du hier Just-in-Time-Mode, ja. Und hier hast du im Prinzip, ähm, verspricht dir dieser Modus, Modus hier, dass diese, diese CSS-Datei ziemlich schnell generiert wird, ja. Das wird inkrementell immer erweitert. Und zwar ist es dann wichtig, dass du dann hier diesen, dieses, dieses Purge angibst und angibst, welche Dateien der hier durchsuchen soll. Und in diesem Modus tue du dann nur die CSS-Klassen, die du in dieses Style.css reinschreiben, die du dann in diesen HTML-Klassen hier, die du hier angibst oder anderen Dateien auch verwendest, ja. Damit geht das insgesamt viel schneller. Weil normalerweise ohne diesen Modus, äh, tut er jedes Mal die gesamte CSS-Datei erstellen mit allen T-Win-Klassen. Und das dauert natürlich. Bei manchen, ja. Okay. Aber, äh, sei gewarnt, dieser Modus hier ist momentan nur im Preview, ja. Also, das ist, es kann sein, dass in, in Zukunft sich dann noch Dinge ändern, dass dann noch Bugs enthalten sind und so weiter. Aber für, für die Entwicklung, um das Ganze zur Verschnellung, denke ich, kannst du das ruhig mal probieren und schon verwenden. Dieser Modus bringt auch einige neue Features mit sich, ja. Zum Beispiel, ähm, ähm, scroll mal runter. Zum Beispiel diese, diese neue Schreibweise mit den eckigen Klammern, ja. Wenn du hier zum Beispiel will von Hi und so weiter. Äh, wenn du da pixelgenaue Angaben, äh, machen willst, kannst du das hiermit so machen, ohne dass du diese Klassen anlegen musst. Äh, dieser Just-in-Time-Mode guckt quasi deine HTML-Datei an, schaut und erkennt, ja, du hast ja diese, diese Schreibweise dort verwendet und tut dir diese Klasse automatisch anlegen. Besser geht's nicht. Also, ich hoffe, dass das Feature, äh, mit bei den nächsten Releases mit offiziell dabei ist, weil das ist schon ein echter Game-Changer, ja. Aber, äh, vielleicht mache ich dann, wenn das, äh, wenn da eine stabile Version draußen ist, mache ich da bestimmt nochmal ein Video dazu, ja. Aber, äh, ich würde jetzt noch nicht empfehlen, das Ganze produktiv einzusetzen, weil, wie gesagt, das kann sich noch, es können sich noch Dinge ändern, es können wieder Features wegfallen, es können noch Fehler enthalten sein, und so weiter, ja. Äh, sodass du dir die Arbeit nicht umsonst machst, ja. Okay, kommen wir mal zu dem ersten, was wir machen wollen, und zwar eigene CSS-Klassen anzulegen. Und generell kannst du das hier machen, in deiner, 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 in deinem Source-File hier, wo ich ja schon mal im letzten Video diese Button-Klasse angelegt habe, äh, hier kannst du quasi einmal komplexe CSS-Klassen anlegen, so wie diese hier, also, dass du aus mehreren einzelnen Tailwind-Klassen dir eine eigene Klasse dir zusammenziehst, ja, das sind, ich nenne sie jetzt mal komplexe CSS-Klassen, und du kannst dir das auch ganz anders anordnen, ich nehme mal diese Utilities hier mit, mit hoch, und du kannst dir auch entsprechende Layer verwenden, und zwar mit Add, Layer, Components, ja, damit gibst du an, wo du das Ganze rein haben willst, ja, das ist wichtig, dass die Reihenfolge bestehen bleibt. Und hier könntest du jetzt deine Klassen anlegen, ja, du kannst dir auch, äh, 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 deine, äh, CSS-Eigenschaften hier definieren, und so weiter, du musst ja nicht diese Tailwind-Klassen verwenden, ähm, du kannst sie dir das so zusammenstellen. Ähm, willst du aber, äh, äh, willst du dir die Klassen so erzeugen und benutzen, wie von Tailwind vorgesehen, müsstest du das Ganze ein bisschen anders machen, ja, und zwar gehen wir mal wieder auf die, auf die Seite, wo ist sie, hier, und wenn du zum Beispiel, das könnt ihr mal nehmen, Wiff, ja, und bei Wiff gibt es jetzt halt natürlich, also das steht für die Breite, gibt es halt hier verschiedene Stufen, ja, die du hier verwenden kannst, und du siehst hier schon, ja, zwischen Stufe 14 und 16, die 15, die fehlt. Und du brauchst jetzt unbedingt diese Breite, ja, und müsstest dir jetzt quasi diese händisch anlegen, ja, diese W15-Klasse. Nun gibt es, äh, zwei Möglichkeiten, wie du das Ganze machen kannst. Du könntest dir das, ähm, direkt hier machen, ja, W15, ne, und dann schreibst du hier Wiff 3,75 Ram, müsste das sein, so könntest du das schreiben, ja. 3,75, das wäre hier genau zwischen 3,5 und 4 Ram, so, damit das auch Sinn ergibt, äh, damit sich das dann einreiht, ja. Ja, das Problem dabei ist, wenn du das so machst, müsstest du auch die ganzen einzelnen Varianten anlegen, wenn du auch die Breakpoints verwendest, ja, das ist natürlich sehr viel Arbeit, und das kannst du dir ersparen, wenn du das Ganze anders machst, ja. Auch wenn du die ganzen, äh, Hover-Prefixes und Focus, wenn du das dann in Verbindung benutzen möchtest, musst du dir vorstellen, du musst dir dann jede einzelne Variante, jeden einzelnen Breakpoint mit dieser Klasse mit Media Queries anlegen, hier händisch. Und das ist enorm für Arbeit, das geht viel, viel leichter, indem du das hier in der Config machst. Und, da gibt es ja dieses, dieses Theme-Objekt, in der du generell diese, also in erster Linie alles überschreiben kannst, jede, jede Klasse von Teben kannst du, ähm, überschreiben mit eigenen Werten, würde ich aber nicht empfehlen, das zu tun. Und, als zweites, du kannst mit Extend, äh, neue, also vollkommen neue Klassen hinzufügen, ja. Warum würde ich die, äh, Teben-Klasse nicht überschreiben? Weil es irgendwann, äh, zur Verwirrung kommen kann, wenn du auch mit der Dokumentation arbeitest und du vergessen hast, dass du hier Klassen geändert hast, die Werte, kannst dann zu Verhalten kommen, äh, die mit der Dokumentation dann nicht mehr übereinstimmen. Also, wenn du da zum Beispiel bei einer bestimmten Breite den Wert änderst, und, aber die Doku sagt dann was ganz anderes, dann verwirrt das, wenn du das vergisst, ja. Ja, also so, so, so geht es mir dann im, im Endeffekt, ja. Deswegen, ich persönlich, äh, versuche immer, die, die Klassen von Teben zu erhalten, die schon da sind, und wenn dann nur neue Klassen hinzuzufügen, wenn ich dann noch welche brauche. Und das, wenn du neue hinzufügen willst, musst du das in diesem Extend, äh, Objekt machen. Ja, und, wie machst du das jetzt? Da gibt es jetzt hier bei, wenn wir bei dem Wiff jetzt bleiben, müsstest du jetzt hier Wiff nehmen, ja. Und das wieder als Objekt schreiben, und hier innerhalb des Objektes gibst du mit Key-Value-Pairs dann an, äh, wie das, wie das Ganze erst heißen soll. Ja, ja, zum Beispiel soll die Klasse 400 Pixel heißen, und der Wert ebenfalls 400 Pixel, ja. Ja, auf der linken Seite, komm mal, auf der linken Seite steht immer, äh, die, die Bezeichnung der Klasse, und auf der rechten Seite schreibst du den Wert rein, der quasi da gesetzt werden soll, ja. Du könntest hier auch was anderes schreiben, zum Beispiel, ähm, Custom Wiff oder Mario Wiff, und so weiter, ja. Das müsst ihr hier in Anführungsstrichen setzen, wegen dem Minus hier, wegen dem Bindestrich. Aber du könntest hier das im Prinzip so setzen, wie du das gerne möchtest, ja. Ich schreibe mal 400 Pixel, und wenn du das so anlegst, du dir auch nicht nur für das, für das einfache Wiff diese 400 Pixel anlegen, sondern auch für alle Breakpoints, ja. Und das ist das, äh, das ist das Coole daran, dass dir das enorm für Arbeit spart, und, aber wie, wie tust du das jetzt benutzen, ja. Ja, bevor du das kannst, musst du natürlich, ähm, ein neues Bild erstellen, ein neues Dev-Bild, und, ich bin mal faul, hier unten gibt es NPM-Skripts, so ein Menü. Wenn du da draufklickst, geht was auf, und hier wird automatisch von Visual Studio Code erkannt, die Package-Chasing, und welche Skripts da definiert sind. Ja, und da kannst du hier einfach mit dem File das ausführen, und er erstellt dir eine neue 3.css-Datei. Und das hat nur 264 Millisekunden gedauert, ja, wegen dem Chit-Mode, Just-in-Time. Und hier kriegst du auch nochmal die Warnung, dass das ein Preview ist, dass es hier noch Fehler, und dass, äh, dass sich da noch was ändern kann, ja, hier hast du nochmal den Hinweis. Und, ja, wenn er, wenn er fertig ist, kannst du das zumachen, und kannst die Klasse benutzen. Und, ich gehe mal hier in die Index heute im L-Datei, und hier habe ich schon was. Ein h1, ein div, ja, und ich mache mal hier neuen div rein. Hallo Welt. Und diese Klasse kannst du jetzt einfach verwenden mit W, für WIV, und dann 400 Pixel. Quasi der Key, also du gibst dir den Key an, den du hier in der Config angegeben hast, für WIV. Ja, und so kannst du das verwenden, zum Beispiel, ja. Gucken wir uns mal an, ob das funktioniert. Ich tue mal hier den Live-Server starten, von meiner Index-HTML, damit wir uns das Ganze mal hier angucken können. Das ist ja im Public-Ordner. So, und wir können ja mal schauen, wie das Ganze aussieht. In den Dev-Tools können wir das mal untersuchen. Und hier sehen wir Pixel, 400 Pixel bei WIV wurde gesetzt, ja. Die Klasse W, 400 Pixel ist jetzt hier in der Style.css-Datei, ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schreiben, naja, SM, 400 Pixel, also W, 400 Pixel, können wir dann auch die Breakpoints verwenden. Müssen wir aber dann ein neues Dev-Bild machen. Damit wir das nicht immer wieder machen müssen, ja, kannst du auch in der Package-Chasen-Datei hier minus minus Watch setzen, hier als Flag bei dem Dev. Immer wenn du jetzt hier diesen Dev-Bild machst, dann macht er das einmal und dann hält er sich da drin. Und dann schaut er durch dieses Watch-Flag, schaut er, immer wenn du speicherst, macht er dann ein neues Bild. Ja, wenn ich dann zum Beispiel dann MD, W, 400 Pixel mache und speichere, macht er ein Rebuilding und macht er einen neuen. Na, und dann tut er diese Klasse dann auch anlegen, ja. Und da können wir mal schauen, was er da hier reingeschrieben hat bei Style. Ja, ich mach das mal, ich tu das mal schließend. Das läuft im Hintergrund weiter, ja, das siehst du hier bei Show Running Tasks hier unten. Kannst du wieder draufklicken, kannst du dir das wiederholen. Ich schließe es mal hier mit Kreuz und da kannst du hier, hier drinnen suchen wir nach W, 400 Pixel. Und das hat er jetzt hier dreimal angelegt, ja. Ich gehe mal oben beim ersten Mal, hier, also als normale Klasse, dann hier unten für den Breakpoint SM und hier unten für den Breakpoint MD, für Medium, ja. Hat er automatisch für uns angelegt. Also sobald wir diese Breakpoints verwenden, sobald wir diese Klassen verwenden, werden diese Klassen erst angelegt. Erst dann, ja. Und was können wir noch machen, ja. Also man könnte jetzt zum Beispiel weitermachen mit 500 Pixel, 500 Pixel, ja und so weiter. So kann man sich diese Klassen nacheinander anlegen. Und wenn man das aber auch für die Höhe braucht und für Padding und für Margin, gibt es ein Objekt, das man verwenden kann, was man benutzen kann, um alles abzudecken, was mit Spacing überhaupt zu tun hat. Also für Padding, Margin, für Top, Left, Wide, Bottom, für Width, für High. Das kann man dann mit einem Rutsch anlegen, ja. Und das Objekt heißt Spacing. Ja, das kann man nicht vergessen, Spacing. Und hier kann man zum Beispiel diese einzelnen Schritte anlegen, ja. Zum Beispiel 15 hat gefehlt, wenn wir uns erinnern. Und hier will ich 3,75 RAM angeben, ja. Dann tut es mir hier ein neues Bild erstellen, ja. Und wenn ich jetzt dieses 15 verwenden will bei Spacing, diesen Schritt 15, den gibt es standardmäßig nicht bei T-Wind, ja, 14 und dann geht es mit 16 weiter. Den 15. Schritt gibt es nicht. Wenn ich das jetzt hier verwenden will, kann ich das jetzt für alles Mögliche verwenden, ja. Ich nehme hier die Breakpoints wieder weg. Ja, ich kann jetzt hier schreiben P15. Ich kann M15 benutzen. Ja, das schlägt auch hier schon vor, wenn ich das hier schreibe. Ja, hier 15 hat er schon drin. Ich kann das für WIV nehmen. Ja, W15 gibt es auch, ja. Kann ich auch mal benutzen. Speichere mal. Dann gucken wir das mal auf der Seite an. Was der hier gesetzt hat. Na, muss ich das neu laden. So. Dann sieht das hier ganz komisch aus, ja. Dann hat er hier für Padding den Wert genommen, für WIV und für Margin, ja. Und das Ganze kann ich dann auch für die ganzen Breakpoints verwenden, ja. MD zum Beispiel. Das setzt er dann alles automatisch, ja. Da müsste ich mal in die Klasse gucken. Ich suche mal nach W15, ja. Dann hat er dann hier auch für diesen Breakpoint MD diese Klasse angelegt. Das macht er dann alles automatisch, ja. Ja, du brauchst es nur hier angeben, ne. Und du kannst ja dann auch die anderen Schritte machen. Du kannst auch vollkommen eigene Klassen hier verwenden, ja. Custom zum Beispiel. Und da schreibst du hier rein, was ich, 16 Pixel. Ja, kannst du auch machen. Und dann kannst du das hier, also das setzt sich immer zusammen, ja. Wenn du zum Beispiel für, das für Padding nehmen willst, musst du dann hier P. Custom schreiben. Ja. Und dann muss ich die Datei wieder neu laden hier. Und dann setze ich das auch, ja, die P. Custom Klasse mit Padding 16 Pixel. So, als nächstes wollen wir uns mal anschauen, wie wir das Ganze mit den Breakpoints machen können. Und zwar hast du auf der Seite, gehen wir mal hin, wo haben wir sie hier, hier. Ich mach das mal wieder hier zu. Und bei der Seite hast du hier bei Customizing, wo haben wir es, Breakpoints. Und die Breakpoints kannst du hier mit dem Objekt Screens anpassen. Ja, das können wir uns schon mal kopieren. Da haben wir jetzt hier das Fenster, hier. Und ich möchte die Breakpoints erhalten, die schon mit dabei sind. Und deswegen möchte ich ja nur bei Extents, also in diesem Objekt, dass die Breakpoints erweitern. Und da gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar kannst du nur, wenn du dieses Extents verwendest, kannst du nur Breakpoints verwenden, die höher sind. Weil das mit dem CSS ist ja so eine Sache, ist ja Cascading Style Sheet, ist eine Kaskade. Und alles, was nach einer Definition kommt, wird überschrieben. Und bei diesen Breakpoints ist es so, dass die standardmäßig mit MinWiff angegeben sind. Ja, das geht los bei, glaube ich, 640 Pixel. Ja, und dann kommt der nächste Breakpoint, der ist höher und dann der nächste und dann der nächste. Und wenn du bei einer Desktop-Auflösung bist, dann sind im Endeffekt, treffen dann alle Meta-Queries drauf zu. Weil, zum Beispiel bei 1900 Pixel, ja, gilt der erste Breakpoint von 640, dann der nächste, dann der nächste und dann der nächste. Ist erstmal nicht schlimm, aber wenn du dann dieselbe CSS-Eigenschaft verwendest, dann zählt dann hierbei immer nur die letzte. Und wenn du als letztes quasi einen niedrigen Breakpoint hast, dann gilt diese Eigenschaft, obwohl ja eigentlich der höhere Breakpoint, also der höhere Breakpoint verwendet werden müsste. Deswegen ist diese Reihenfolge essentiell, dass die beachtet wird, dass wenn du MinWiff verwendest, dass von klein nach groß, dass das so angeordnet ist. Ja, das ist essentiell wichtig. Das steht hier auch nochmal im Text nochmal drin, in der Dokumentation, da ist das sehr gut beschrieben und da kann man sich behelfen. Und man könnte jetzt zum Beispiel diesen hier hinzunehmen, ja, so, könnte man sich einen neuen Breakpoint anlegen, einen höheren. Und wenn du das jetzt erweitern willst, müsstest du entweder dieses Screens komplett überschreiben, ja, zum Beispiel außerhalb von diesem Extens-Ordner, so, ja. Dann müsstest du hier quasi alle angeben. Ich nehme das hier unten mal wieder raus, ja, also beginnend von SM, 640 Pixel, dann MD, sind glaube ich 720 Pixel und so weiter. Das habe ich hier geschrieben. Und so weiter, ja. Das ist aber ein bisschen mühselig und da gibt es auch noch eine andere Variante, ja, wie du das machen kannst. Die ist ja auf der Seite beschrieben. Da müsstest du dir hier einmal hier die Konstante dir reinziehen, also dieses Default-Theme, damit du das wieder benutzen kannst. Das machst du hier in der Config-Datei oben ran, so. Und dann kannst du hier dieses Objekt mergen mit all den Screens, also mit den Werten, die da drin sind, kannst du weiterverwenden, indem du das so machst. Und dann kannst du hier vorne dran dir deine eigenen machen, ja, zum Beispiel XS. 320 Pixel, wenn du das möchtest, ja. Und, aber eins ist wichtig, wenn du die hier reinziehen willst, musst du Tailwind auch in deinem Projekt installiert haben, ja. Das haben wir bisher nicht gemacht. Das kann ich ja mal beenden hier. Mach das mal zu. Mach nochmal den Terminal auf. Und installieren kannst du das mit npm install tailwind.css, falls du das noch nicht gemacht hast, ja. Somit installierst du das. Und dann kannst du das aus diesem Paket, was du jetzt installiert hast, dir das rausziehen, das Default-Theme. Da stehen alle Objekte, alle Eigenschaften drin von tailwind.css. Und hier kannst du dir das so mürzen, dass diese Reihenfolge bestehen bleibt, ja. Wenn du jetzt noch Zwischenschritte hinzufügen willst, zwischen SM und MD meinetwegen, dann musst du natürlich alle einzeln hier aufhören, ja. Da fällt mir nichts so ein, wie man das da sonst machen könnte, ne. Aber so könntest du das schon mal machen. Und natürlich brauche ich da ein neues Bild. Ja, den kann ich hier auch stellen. Das mal runter. Ja, hier. Und jetzt könnte ich jetzt diese Breakpoints hier verwenden. Zum Beispiel bei einem Abstand von P8. Und bei XS möchte ich P10. Dann SM P16. Und XL. Was habe ich hier noch? 3XL habe ich hier angelegt. 3XL Möchte ich P 20. Ja, mache ich das. Und dann habe ich hier auf meiner Seite müsste ich noch mal neu laden. Ne, warum nicht? Jetzt mit der Live-Suche abgekackt. Starte ich den noch mal. Jetzt vielleicht? Ja. Ne, da haben wir hier P16 aktuell. Wenn ich das mal kleiner mache. Habe ich jetzt hier, dann switche ich das hier auf 5RAM. Das ist dann P20. Wenn ich das kleiner mache, rutsche ich das dann immer weiter rein. Ja. Das ist dann immer weniger Abstand. Ja. Zuletzt haben wir hier dann P8. Ne. So können Sie das mit den Breakpoints machen. Und was haben wir noch? Ich mache das mal wieder zu hier. Wir können uns neue Schriftarten anlegen. Ja. Und dann empfehle ich das wieder in diesem Extent-Ordner zum, äh, Objekt zu machen. In dem Extent-Objekt. Und da gibt es die, das Objekt von Family. Ja. Und hier kannst du wieder einen eigenen Schlüssel machen. Ich nehme mal Tech. Ja. Und hier bei Tech kannst du dir deine, deine Fonts dann angeben. Und wenn du das, also du kannst eine angeben oder in einem Array kannst du mehrere angeben. Man sollte immer, ähm, ein Farback haben. Wenn die Schriftart noch geladen werden muss. Und, ähm, du kannst dir grundsätzlich von, zum Beispiel von Google dir eine Schrift reinziehen über den Link-Tag, ja. Oder du machst es über Add Font Face, wenn du eine Schrift runtergeladen hast und in deinem Projektordner hast. Ja, ich habe ja schon mal, schon mal eine, ich kopie mir das hier mal, mal raus. Und setze das hier rein. Habe hier, mir das schon mal gezogen von, von Google Fonts, ja. Diese zwei Schriftarten, Share Tech. Beziehungsweise die Share Tech mit, die hat hier zwei Dateien. Und du kannst du dann hier in deiner Tailwind CSS Datei, das müsstest dann in das Layer Base mit rein. Na, was schreibe ich hier? Layer Base. Könntest du dir diese Schriftart anlegen. Ähm, ich mache es mir jetzt mal einfach und kopiere mir das einfach mal hier raus. Bin heute ein bisschen schreibfaul, ja. Also mit Add Font Face kannst du generell, äh, auch mit, mit herkömmlichen CSS, dir deine Schriftart, wenn du die, äh, in dein Projekt vorliegen hast, als Datei hier reinziehen. Und da bestimmst du die Font Family, also wie diese Schrift heißen soll, äh, welchen Stil du hier verwendest. Äh, dann mit Font Weight, den, den Dickegrad, äh, mit Font Display stellst du ein. Äh, wie das Ganze, äh, oder was angezeigt wird und wie schnell angezeigt wird, wenn diese Schriftart noch geladen werden soll. Ja, und hier gibst du dann die Dateien an. Und, aber wie kannst du das jetzt mit Tailwind verwenden? Und das kannst du hier in dieser Config Datei machen, mit dieser, mit diesem Font Family Objekt. Und hier gibst du zum Beispiel Tech an, ja, also angelehnt an diese Schriftart, Share Tech. Und hier gibst du dann einfach an, ähm, in doppelten Anführungsstrichen die Schriftart, die du hier verwenden willst, Share Tech, ja. Da das zwei Wörter sind, äh, habe ich hier noch einfache Anführungsstrichen reingesetzt. Und so kannst du das machen. Und natürlich macht es dir Sinn, noch alternative Schriften anzugeben, wie Sans Serif, ja. Die angezeigt werden, wenn aus irgendwelchen Gründen diese Schriftart nicht geladen werden kann, ja. Und wie verwendet man das jetzt? Du kannst jetzt hier in deine HTML Datei gehen und zum Beispiel hier bei der H1 Überschrift, einfach Font. Und dann gibt es die Schriftarten, die schon dabei sind, Serif, Mono. Und hier hast du schon Tech zur Auswahl. Und da kannst du das so verwenden, ja. Speichern wir, tun wir Neuladen und da tut es dir hier in einer, in dieser Share Tech Schriftart dann anzeigen, ja. Ja, das ist dann auch hier zu sehen, dass das ordentlich gesetzt wurde, ja, mit Font Family, ja. So kannst du zum Beispiel Schriften hinzufügen. So, wie sieht es denn jetzt mit den Farben aus? Wie können wir jetzt Farben hinzufügen? Und da gibt es natürlich, schauen wir mal auf die Seite von Teewind, Colors. Und da gibt es natürlich die, ähm, die Ford Farbpalette, die du hier hast, so Grau, Rot, Gelb und Grün und so weiter, bis Blau und Pink ist alles dabei. Wenn du jetzt aber noch mehr Farben brauchst, dann gibt es hier auch bei Teewind schon mehr Paletten, die du verwenden kannst. Das ist ja ganz unten. Ja, da gibt es noch mehrere Graustufen, mehrere Rottöne, Orange, mehrere Grüntöne hast du hier, Blautöne und so weiter. Also die Palette ist ja ziemlich groß, aber standardmäßig nicht dabei. Und aber wie kannst du das jetzt hinzufügen? Und da kannst du hier bei, muss ich mal suchen, hier bei Creating Colors, kannst du hier die, die Paletten, die schon mit dabei sind, in dieser Teewind, äh, CSS Bibliothek, kannst du hier die reinziehen, mit dieser Zeile hier, setz das mal hier oben rein, ähnlich wie bei dem Default Theme hier, so. Und jetzt kannst du hier bei, bei Theme Colors mit diesem Objekt, kannst du das Ganze jetzt erweitern. Und das machst du hier wieder in diesem Extend Objekt, setz das mal hier oben rein, Colors, ja. Ja, ich will das Objekt nicht überschreiben, deswegen mache ich das bei Extend rein. Und hier gebe ich jetzt alle zusätzlichen Farben an, die ich jetzt haben möchte. Und da können wir ja nochmal reinschauen, welche es gibt. Zum Beispiel, was haben wir hier, Orange, ja. Orange ist nicht mit dabei und da heißt es hier immer, drunter stehen, ähm, welches Objekt du hier verwenden musst. Colors, Orange, ja, das kopiere ich mir mal. Ja, und dann kannst du hier als Key ebenfalls Orange angeben und hier gibst du dann das Colors Objekt an. Was haben wir noch? Zum Beispiel, Limette können wir nehmen, ja. Können wir hier mit reinschreiben, ja, und so weiter, ja. So kannst du nach und nach noch Farben hinzunehmen, zum Beispiel hier das Sky. So kannst du nach und nach Farben hinzufügen, die bei T-Wind schon enthalten sind, aber standardmäßig nicht mit in der CSS-Datei stehen, ja. Und die kannst du natürlich ebenso verwenden in diesen Graden hier, 50, 100, 200 und so weiter, ja. So kannst du das verwenden. Ich könnte hier zum Beispiel beim Hallo Welt jetzt hier sagen, BG, Sky, ja, das ist jetzt mit dabei. Und könnte jetzt hier Sky 500 machen, ne. Und den Text mache ich mal auf White, dass es auch zu lesen ist, ja. Und das kann ich mir dann auf der Seite anschauen. Nochmal neu laden. Und dann hat es die Farbe gesetzt. Und das Gute ist, wenn du hier diese Farben hinzufügst bei diesem Colors-Objekt, dann hast du diese Farben für Hintergründe, Gründe, für Schriftfaden, für Border, für, also alle Klassen, die irgendwie mit Farben zu tun haben, wo du Farben setzen kannst, die Klassen werden dann ebenfalls automatisch erst, äh, erstellt, ja. Du kannst aber darüber hinaus, hier in diesem Colors-Objekt, dir auch vollkommen neue Farben machen, ja, zum Beispiel, also die ist bei Tailwind überhaupt nicht existieren, zum Beispiel, ähm, ich nenne sie es mal, Special Green will ich jetzt hier machen, ja. Und dann kannst du hier, äh, den Hexwert von deiner Farbe setzen, ja. Ja, und da, ich nehme da ganz gerne immer Colormind, Colormind.io, da ist so ein, äh, Farbgenerator, wo man sich zufällig jetzt hier Farben machen kann. Und da nehme ich mir mal hier das Grün hier raus, ja, das könnte ich jetzt hier so setzen. Und dann legt es mir Special Queen an. Und da kann ich auch Special Queen genauso verwenden, wie alle anderen Farben auch. Zum Beispiel hier BG Special Queen, ja, da kennst du schon das Grün, ja. Und wenn ich mir das hier auf der Seite angucke, neu lade, hat es das in diesem Grün gesetzt. Ja, optimal. Und du kannst auch, äh, du hast die Möglichkeit nicht nur immer ein Hexwert hier reinzusetzen für, 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 diese, ne, für, diese, für diesen Key, sondern du kannst dir ebenfalls ganze Paletten dir erstellen, indem du das einfach in ein Objekt setzt. Ich mache das mal, so. Und hier kannst du wieder diese Gerade angeben, ja, zum Beispiel 500. Ja, und ich will auch dieses Grün haben. Das will ich jetzt bei 400 haben. So, ja. Die anderen Gerade gibt es nicht. 50, 100, 200, 300 und so weiter. Die müsstest du quasi, wenn du das Äquivalent haben willst, wie bei den Tailwind Farbpaletten, kannst du dir das genauso in diesem Schema anlegen. Und da müsstest du dann hier, wenn du die Farbe verwendest, dann hier das 500 mit ranhängen, ja. Oder halt das 400 nehmen in dem Fall, ja, das, das, ähm, hellere Grün, ja. Gucken wir uns das mal an, ob das funktioniert. Ja, ist dieses hellere Grün dabei, ne. So kannst du dir Farben, eigene Farben hinzufügen, ne. Und eins vorweg, also wenn du, du kannst so ziemlich alles anpassen hier bei Tailwind. Du hast hier immer bei diesen, bei diesen Unterseiten hier, was haben wir hier noch, zum Beispiel bei, bei MinWiV. Ja, dann hast du hier immer auf der rechten Seite den Bereich Customizing. Und dann steht hier beschrieben, wie du für dieses, für diesen Bereich, zum Beispiel MinWiV, noch weitere Klassen, die du über die Config erstellen kannst, ja. Das hast du bei allen drin, auch bei, zum Beispiel bei Font Size, hast du hier einen Customizing Bereich, wo du hier noch weitere Schriftgrößen hinzufügen kannst oder wegnehmen kannst. Also du kannst entweder immer dieses komplette Objekt hier überschreiben oder, wenn du das in diesem Extend Objekt hast, erweitern mit neuen Klassen, ja. Das kannst du bei so ziemlich allem machen und, ja, probiere einfach mal aus. Wenn du Fragen hast, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben, ich würde mich freuen. Ansonsten empfehle ich dir natürlich das nächste Video. Bis gleich.